Hallo zusammen, mein Name ist Brina, ich bin Revierleiterin auf dem Affenrevier. Ich erzähle euch über den Lisha, der ist eines unserer Weibchen, Schimpanzenweibchen, die wir hier haben. Der Lisha ist sehr verfressen, sehr verspielt, eine lustige, lässt sich immer wieder etwas einfallen. Der Lisha ist auch immer für die Jungtiere hier. Sie schaut immer, wenn jemand schreit oder irgendetwas hat, geht sie gerne zu schauen. Der internen Bauch ist sehr vorsorglich und schaut auf sie, spielt hier mit ihnen, rennt zusammen und macht wirklich Faxen mit ihnen. Und da sind wir schon froh, dass der Lisha hier so vorsorglich ist.